Er ist also dafür verantwortlich, dass wir so wunderbar gegessen haben und ich möchte ihm jetzt einen Sonderapplaus liefern. Steh nochmal auf, dass ich Harry Zeitz erwarte. Also, ich möchte so wenigstens noch sagen, dass die Ende wenigstens ziemlich alt ist. Wenn es wieder Brasswild gibt, dann könnt ihr nur, wenn Ransbeter auch wieder die Beine schicken. So, also, genug Spaß, es gibt wieder Musik. Dankeschön. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018